Hallo, ich grüße euch. Willkommen zu Hause. Willkommen bei der Lieblingsmauer-Zugung. Guten Tag, danke. Und Musik gibt es natürlich auch von einer Band, die ganz frisches Material im Gepäck hat. Herzlich willkommen, Hall, Markenreuther. Tabu tot, das ist also das Thema heute bei. Derweil gibt es für euch Musik und zwar von einer Band, die mit einem riesengroßen Hit leben muss und damit auch mit einem Missverständnis. Denn sie haben 1995 einen riesen Welt-Hit gecovert, den man wirklich überall gesummt hat. Und jetzt denkt vermutlich alle Welt auch, sie sind eine Cover-Band. Sind sie aber gar nicht. Sie sind hier mit einem neuen Album mit eigenem Material. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Hier sind Hall, Markenreuther. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020